Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hotline Farm. Wir werden gleich mal versuchen, ob das mit dem Gülle ausbringen so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss das Mikro nochmal ausrichten, das hatte ich vergessen aufzustellen. So, mal Funzel an. Morgen möchte man ausstatten. Aber ich sehe nicht viel. Das ist das Problem an der Sache. Ich lebe das mit der Gülle, wäre ich auf den Tag verschieben. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Das ist sehr sehr schlecht. Wenn ich nichts sehe, ist das sehr sehr schlecht. Da bringt mir das gar nichts, wenn ich das Feld nicht sehen würde, wo ich es schon gekült habe. Okay, war das eine schlechte Idee. So, gucken wir mal, was können wir hier an Feldern kaufen, die bei mir in der Nähe sind. Kosten die 58, ich brauche auch noch, dass es Kohle bringt. So, was ist denn da drauf auf der 58? Was ist denn das Sojabohnen? Nee. Das ist Roggen, oder? Jo. So, gucken wir mal, ob wir Sojabohnen in meiner Nähe drauf haben. Die 90 wäre Sojabohnen. Was kostest du, wenn ich dich kaufe? 180.000. Da habe ich noch den Trasher dazu. Boah. So, gucken wir das nächste Mal, die sind erntereif. Sind beide erntereif. Mir fehlt die Kohle und ich kriege jetzt nichts mehr bei der Bank. Bei was war das jetzt? Wie viel und 90? 180 sind 150.000 Kredit müsste ich nehmen. Haben wir momentan nicht. Kriegen wir bestimmt noch keinen Bankkredit? Nee. Das ist schlecht. Der ist am ernten. Der hat schon immer abgetankt. Das ist supi. So, machen wir die Fotos jetzt aus. So was machen wir jetzt am dümmsten. Wir gucken mal ein bisschen bei den Missionen. So, das ist eine Aktiv. Ernten fällt 70. Zur Reifeisen. 70 und Reifeisen. So, hier haben wir die 70. 70, 70, 70, 70. Das muss hier irgendwo sein. Hier ist die 70 und hier ist die Reifeisen. Ist da oben bei der Brücke okay. Ist nicht so prickelt. Das falsche Fach. So, das haben wir hier. 120. Zum Hafen. 120 und Hafen. 113. 120 ja hier unten. Und Hafen. Die Brücke. Ist nicht so prickelnd. Schauen wir hier noch. Ernten 83. Ernte Dinkel. Hafen. Die Feld 83. Wo haben wir das? Feld 83. Zum. Zum Hafen. Zum Hafen. Das könnte man aber fahren. 83 Hafen müsste gehen. Nehmen wir das an. Nehmen wir das an. Nehmen wir an. Es gibt nochmal 20.000. Wo wir einen schönen großen Thrasher Geräte ausleiten. So. Wir machen noch eine Mission. Wir machen noch eine andere Mission. Oh, wir haben heute aufstrengende Reifen. Ich muss mal kurz hier hin tapsen. Fahrenglössen. Fahrenglössen. Aufstrichen. Das Problem sind die Steigungen. Da haben sie gekämpft. Das kommt nicht ganz klar. Er will rückwärts fahren. Aber schafft es nicht. Abfahr einstellen. Müssen wir da rüber. Und Abfahr einstellen. So. So. Wo bist du hin jetzt? Abfahr entlassen. Ich werde mal gucken, ob ich ihn rumdrehen kann. Ich bring das her, was er zurück bei seiner Hochgeschafft. Jetzt hat er wieder den Brummkreisel-Effekt. Jetzt muss ich leider manuell fahren. Bis zum nächsten Mal, bis der voll ist. Bis er schreit. Auch viel ist es auf dem Feld ohne mehr. Es ist nicht mehr all zu viel. Wir sind etwas drüben auf der anderen Seite. Hat ja lange genug gedauert, wenn ich mal Sprit angucke. So. 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 Gucken wir noch mal. Auffahr einstellen. Das ist jetzt schon. Ich bin wieder etwas vor. Ja. Was ist denn da hinten? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das wäre wahrscheinlich zu einfach, um das zu begreifen. Soll ich mal gucken nach einer aktuellen Curseplay-Version, das liegt so daran, dass es solche Marken noch hat und die bügen ja auch bloß gewisse Dinger aus, damit sie sie selber festgestellt haben oder sie gemeldet wurden, dass sie alles noch entspricht. Soll ich nicht zu solchen Problemen halt kommen. Wie haben wir jetzt? 60. So bis jetzt die Knaben hochzukommen, wir fahren mal die per manuell. So wie hieß es in der Mod hier, früher war es hier, vor dem 17er gab es noch Mod, da konnte man hier alles hier zuschalten. Differential und so, ich will da jetzt nicht am 19er heißt. Wer das weiß, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht wird ja, dass ihr bei den Steigerungen und sowas helfen würdet. Oder ich muss mal gucken, bei anderen Nutzen über die den Handwerk haben die eine Mod-Liste. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie der heißt, ja. Differential, Allrad und sowas. Ich komme nicht mal drauf, wie er im 17er hieß auf den Namen. Und das will schon was heißen. So, gucken wir mal, wie es aussieht da nicht drunter schnipselt. Aber ich glaube ich wäre wohl jetzt hier erst mal so fahren müssen. So, jetzt müssen wir gucken, ob er jetzt in der Abfahrer einstellen will wieder dorthin. Ich weiß nicht warum. Ich würde eigentlich blöd auf den Move, wo der kommt hier Fahrer hinter Drasher. Da muss natürlich wahrscheinlich erst voll sein. Ich will jetzt noch was er hat. Da kommen Hufe-Thrasher. Hufe Abfahrer. Ja, da kommt Hufe-Thrasher. Hufe Abfahrer. ich bin halt bei den 1.065 abfahrern zu lassen, abfahrer einstecken toll so gehen wir mal hier hin abfahrer ne das ist nicht so muss entladen werden, warum kriegt denn der abfahrer eigentlich ich habe keinen Bock hier alles manuell zu machen, weil der doof ist ist da wohl der richtige Kurs ja so unter den selben Spacken drin ich habe ne Idee jetzt hat das so geklappt zack so Kurs laden und Abfahrer einstellen so ich glaube das jetzt so 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 das ist sehr gut so das ist nicht so 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 83 83 war unten Richtung und in der Nähe. Wir haben jetzt mal eine L-Form. Richtung Fähre, das ist raus. Oh Gott. Mal gucken, was wir schaffen. Richtung Fähre jetzt die Richtung, gehen wir jetzt fahren. Ah, bis zum Kreisverkehr. Jetzt dämmert es wieder. Jetzt macht es Klonk. Zum Kreisverkehr, dann aber nicht Richtung Dorfuch, sondern runter. So. Genau, jetzt müssen wir hier die nächste, nämlich wieder runter. Langsam komm ich klar mit der Map. Auch nur langsam. Das ist ja schon die 83. Wäre da aber gleich erstmal mal hier eine Flecke suchen, wo wir hier parken können. Ich fang von unten ein nach oben. Ich fang von unten sehr gründlich viel, weil relativ dunkel. so. Und die folgen. So. Und die folgen. so. So. Jetzt fahren wir mal hier ein bisschen am Rand dran. Ups. So. Und das gut geht. Blöd im Dunkeln, den sieht man nicht schweig. Und äh, oh ne, so, fangen wir hier an, stopp. Wie war das hier, schuf? Ne, das ist nicht schief. Jetzt vorherig, ja. So, schauen wir ihn hier hin, so. So, den brauchen wir nicht, der kämpft auch. Wo ist unser LKW? Kommt grad hochgeschnipselt, ist gut. Nicht mehr, ist gut. Bum, 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 bum. So, wenn wir hier schon mal abköppeln. Mensch. Mensch. Irgendwann hab ich so Zeit mit Dresch und Rückwärtsform. Hab ich so Zeit mit so Schwierigkeiten einzuschätzen, weil ich nicht lenken muss. Ich seh grad, ich hab ne Schalten geparkt. So, mach mal das Fenster aus, das geht nicht auf den Nuss. So. So. Jetzt müssen wir mal jetzt schon mal Schnelltagswag einklappen. Ja, mal die Tasche ausklappen. Mach los. So. Ist doch. Was du hast. So. Schau, schau. Mal vor Festbeleuchtung. So, aber ich komm jetzt auch mal zum Ende der Video dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasu.